Hallöchen Leute! Das war ein netter Sprung, Tobi. Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Nier. Im letzten Part ist irgendwie unsere Mission schief gelaufen und wir sind jetzt zurück auf unserer Basisstation oder so. Und wir sollen wahrscheinlich mit unserem Vorgesetzten reden und kriegen wahrscheinlich tierisch vier Anschüsse oder sowas. Keine Ahnung. Ah, du bist das. Nessus Outfit. Christmas finished? Yes, Commander. You detonated your black box in order to defeat the enemy. Bold, but risky. Try not to be so reckless next time. Understood. I know you're fresh out of maintenance, but I have another mission for you. I need you to head to the surface. Rendezvous with the resistance and do some recon. Doesn't Yorha have a dedicated resistance contact already? We haven't been able to get in touch with them, so we'll need you to look into that as well. Alles klar, also haben wir jetzt sofort einen neuen Job. Ja gut, ne? Wenn Schäffe das sagt, dann müssen wir machen, was Schäffe sagt. Ich kann mich da jetzt nicht widersetzen. Oh. Hübsch, hübsch. Ich mag auch irgendwie quasi den Filter, der hier einfach drübergezogen ist, dieses Graue. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum? Alright, alright. Ordersxa Orders. Alle kaputt machen! Wuhu. Das fühlt sich gut an. Okay. Alter. Rückstände der Menschheit. Alter. Das muss man aufladen, aber... Au. Was willst du? Hä? Hä? Ah. Ich mag diese... Ah, ja. Ich muss so steuern. Richtig. Ich mag diese dunklen Kugel nicht. Die kann man nämlich nicht kaputt machen. Hä? Oh. Level up. Nice. Komm schon, 9S. Zerschießen alle. Oh, da sind noch mehr. What? Ah, das sind die Flie... Äh... Au. 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 Okay, der Laser ist weniger ein Problem. Glaube ich. Als er sich hier irgendwie mal durchbrechen sollte. Ja, gut. Da bin ich einmal durchgebrochen. Der hat jetzt nicht mehr alle seine Kanonen. Sehr schön, Kopfschrank. Geh kaputt. Geh kaputt. Nice. Jetzt nur noch der hier. Wow. Wow. Wie bin ich da durch... Wow. Au. Lass mich raten, hier kriege ich natürlich keine kleine Erholung. Ich bin denn so shoot im Ups nicht gut. So gar nicht. Ah, danke schön. Das ist aber nett. Ich meine, ist das... Flight-Segment schon zu Ende? Das sieht schon fancy aus, ne? Das sieht schon fancy aus, ne? So. So. Das ist besser. Uh. Da hinten ist ein Item. Als ob ich das übersehe. Ha. Gib her. Baum-Segment schon zu Ende. Okay. Okay. Was ist hier? Ah, das ist sogar... der Weg. Ruinen-Stadt. Target-Lockation acquired. Marking on map. Proposal. Proceed to target location. Äh, was? Die Minikarte in der rechten unteren Bildschirm... Ja, okay. Äh, okay, okay, okay. Keine Angst. Ich werde mich nicht verlaufen. Ich werde mich nicht verlaufen. Ich habe alles im Blick. Oh, Mann. Hui. Was ist hier? Ich kann hier runter. Es ist ein bisschen dunkel. Scheint aber auch nichts zu sein, oder? Einfach nur Ruinen? Hier könnte ich ganz normal wieder hoch, oder? Ja. Aktualis... Die Karte aktualisiert sich ja echt cool. So, ähm... Jedes Mal, wenn ich halt die Etage wechsle. Das ist nett. Hier könnte man wieder... Ah! Oh, lol. Als ob da einfach mal ein Loch in der Wand war. Was ist hier? Ah. Abwehr plus, okay. Als ob ich da einfach irgendeinen kleinen Secret hier gefunden habe. Oder was heißt Secret? Aber... Als ob ich da so perfekt getimed reingesprungen bin. Das... Ich sehe gerade erst jetzt. Na, Ness, du hast auch so einen Pot. Alter, fresher Pot. Den du da hast. Okay. Ah, unser Ziel ist irgendwo... Irgendwo... Da oben. Okay, wir können auch hier runter. Das ist eine echt offene Map. Holy shit. Hey, Mr. Rehmann. Hey, was ist los? Entspann dich. Ich habe dir nichts getan. Hey! Bleib stehen! Bleib stehen! Oh, hallo. Hey, hallo. Okay, dann halt nicht. Seid ihr böse? Der macht nichts. Okay. Wenn er mich nicht angreift, ne, dann muss ich jetzt auch nicht angreifen, oder? Oh, da hinten glitzert was. Ist da ein Item? Bitte? Okay. Das sah mir jetzt nicht so böse aus. Hm. Oh, ich kenne die Schnee sprechen. Nice. Nein, natürlich nicht. So, kann ich da einfach so hoch? Ich meine, ich sehe ja den Punkt. Aber ich kenne ja die Map jetzt nicht wirklich. Der Punkt scheint ja irgendwo da oben rum zu hängen. Ja, ich glaube, es bringt mir tatsächlich was, wenn ich hier hingehe, oder? Kann das sein? Muss ich aber auch sagen, ne, ist ganz hübsch hier. Ganz hübsch hier, diese dystopische, äh, Ruine. Hat was. Mir gefällt es. Und die Musik ist natürlich, wie immer, äh, großartig. Oh, da ist ja Wasser. Ich kann angeln. Alter, wir angeln. Ach, der Pott angelt. Wie geil. Wie geil ist das denn? Da kommt kein Fisch, oder? Aber wie cool ist das denn? Der Pott angelt. Oh. Hübsch, man sieht, wie nass die Klamotten sind. Das ist ein hübsches Detail. Ah, auf solche, auf solche Kleinigkeiten stehe ich ja eher so bei Grafiken. Es muss nicht immer so das absolute High-End-Ding sein. Aber wenn manchmal solche kleinen Details sind, wie, dass, wenn man nass ist, dass man sieht, dass man nass ist. Finde ich immer ganz hübsch. Sowas mag ich tatsächlich. Aber gut, schauen wir uns weiter mal um. Was ist da oben? Wir sollen da hin. Nee. Übrigens, äh, irgendwer, irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher. Man kann wohl irgendwie die Kamera auf langsam stellen. Und dann kann man, äh, da runter gucken und sie schiebt die Kamera weg. Oh, Leute, wie habe ich das gemacht? Ah, das ist automatisch. Okay. Ey, wo sind, ähm, System. Einstellungen. Äh, wo ist es da? Kamera. Äh, horizontales Drehtempo. Äh, Zoom-Geschwindigkeit, was ist das? Irgendwas mit Geschwindigkeit. Oh, nein. Das sind so viele, ähm, sind so viele, so viele Einstellungen. So, Zoom-Geschwindigkeit kann man ja, keine Ahnung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht runterstellen. Und jetzt mal gucken. Funktioniert's? Äh. Nein, S, du stehst im Weg. Äh. Nö, das geht nicht. Äh, okay, das war es auf jeden Fall nicht. Ah, wo ist die Kamera nochmal? Mal. Da. Ups. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Genau. Dann, ich, keine Ahnung, hier irgendwie Drehtempo oder so. Ist jetzt auch egal. Ich dachte, es wäre nur ganz witzig, wenn sie mal wirklich dann die Kamera so wegschiebt, weil ich das mal gesehen habe und das wollte ich euch halt einfach mal zeigen. Oh, das sieht... Sind das Feinde? Das ist ein Bazaar oder so. Äh, ein Lager. Huh. Das ist also das Widerstandslager. Ich verstehe. Was ist hier drin? Mittlere Erholung. Ey, ich hab dich ausgeraubt. Aber, aber mir erlaubst du es doch, oder? Oder? Ja. Ich wollte jetzt sagen, Zwinker, aber... Äh, das würde man bei Tobi nicht sehen, weil sie eine verdammte Augenbinde trägt. Warum tragt ihr eigentlich Augenbinden? Das hab ich mich schon die ganze Zeit gefragt. Ich mein, ihr habt scheinbar kein Problem damit, aber... Warum? Oh. Hab ich was? Oh, kein Zugriff! Mann, warum? Ich will aber Zugriff darauf haben. Was soll denn das? Da oben ist was. Ha! Gib her! Ein Tierköder. Alles klar. So, da haben wir eine nette Speicherstation. Schön, dass die nicht nur irgendwie in dem Lager, also in der Basis sind. Da fand ich ja Angst, dass die nur in der Basis sind. Aber ne, wenn die überall mal immer wieder auftauchen, ist das absolut okay, finde ich. Aber ich hab echt keine Angst. Weil, man muss ja immer wieder, wenn man ein Pub beendet, auch irgendwie mal speichern können. Warte mal. Warum hast du so ne Maske auf? Ihr seid die Neuen von der Yocha-Einheit? Dann solltet ihr euch bei unseren Anführern blicken lassen. Okay, komm mit, 9S. Ähm, die ist wirklich seltsam. Genau wie ihre Beschreibung. Du bist bestimmt irgendwie ein Händler, oder? Yocha! Lass dir erstmal alles von unserem Anführer erklären. Es gibt da einiges. Tradition und so. Okay, okay. Anführer! Du bist Nummer 2. Hm? Du kennst über 2B? Ähm, ja. Well, the bunker told me to expect you. My name is Anemone. I'm the leader of the android resistance that controls most of this territory. You must be the new Scouts we heard about. Well, I'm sure my people will have plenty of information for you. Please feel free to ask them anything you like. Ähm, okay. Alles was ich will? Nee, nee, nee. Abwehr Plus. Da ist auch was. Gib mal hier. Oh, ne kleine Erholung. Da sag ich ja nie nein. Sollen wir uns etwas ausruhen? Ähm. Klar. Ich kann mich einfach hinsetzen. Nice. Voll gechillt. Eifer hinsetzen. Es ist so entspannt, Musik zu hören. Denkst du nicht auch? Absolut. Ich wusste es. Hier, nimm dies. Das ist, was man eine Jukebox nannte. Eine Maschine, die Musik spielte. Äh, spielt. Du kannst Musik darauf spielen, wenn du die Schallplatte hast. Nutze sie, wie du möchtest. Sound done. Welches Lied soll abgespielt werden? Ah. Ich möchte ehrlich gesagt die Musik nicht unterbrechen. Die ist gerade sehr schön. Alter, der Soundtrack. Ich freue mich jetzt schon wieder unglaublich viel Nier-Soundtrack anschmachten zu können. Na, was ist mit dir, Mann? Oh, der ist der Waffenhändler. Oh, du gehörst wohl zu Yoha. Ich hab gehört, was geschehen ist. Ich handel mit Waffen, wenn dich so etwas interessiert. Ja. Welche Art von Waffen? Im Grunde baue ich Relikte der alten Welt nach oder repariere sie. Obwohl mein Werkzeug momentan in ziemlich traurigem Zustand ist, muss ich sagen. Wenn das Wartungsgerät in der Werkzeugkiste da wieder funktioniert, könnte ich wieder Waffen reparieren und verkaufen. Oh, man. Das sieht wirklich ziemlich hinüber aus. In der Tat. Und wenn du dir vielleicht denken kannst, bin ich für so, äh, delikate Reparaturen nicht gemacht. Äh, wir helfen ihm. Im Ernst? Das wäre eine große Hilfe. Siehst du, als wäre das Wartungsgerät durchgebrannt. Er muss es überlastet haben. Ich schätze, vier komplexe Apparaturen dürfen für die Reparatur reichen. Irgendeine Idee, wo ich komplexe Apparaturen finde? Es heißt, in der Ruinenstadt gäbe es welche. Allerdings soll es da auch, äh, vor aggressiven Maschinen nur so wimmeln. Dir bitte das Waffenentlass angenommen. Nice, eine Sidequest. Die paar Blümchen da erinnert mich an Final Fantasy 7 in Midgar, wo dann in der Kirche so die paar Blumen sind. Das ist echt hübsch. Ah, hier, du bist, du bist ein Shop. Wartungsshop, ah. Guten Tag, sie kommt von Johann, nicht wahr? Dies ist ein Wartungsshop. Wir beraten und kümmern uns um sie. Nice. Was soll das denn sein? Chips kaufen? Körperbera... Chips kaufen. Kaufen? Alter, was ist das denn? Alles ziemlich teurer Stuff. Erhöht Plug-in-Chip... Was? Erhöht Plug-in-Chip-Kapazität um 8. Kann ich da irgendwie ganz fresh meinen RAM aufstocken, oder was? Wahrscheinlich ja. Als ob da... Hier, das ist doch... Das eine kenne ich. Das eine kenne ich. Das ist doch... Weil der Laser, das ist doch sowas von wie dunkler... Ey, wir müssen... Ich hab den Laser? Ah, ich hab den. Ich hab den. Ich hab den. Okay. Ich dachte gerade, das wäre jetzt sowas wie dunkler Speer. Okay, doch nicht. Pot verbessern. Pot A, Stufe 1. Okay. Ah, der Angriff wäre höher. Das ist voll cool. Man kann einfach den... Oh, ich brauche aber auch viele Materialien, wie ich sehe. Power-Up Teil K. Okay. Sicherungschip. Du kannst diesen Chip nicht verschmelzen, da du keine Chips derselben Rangst... Okay. Nach der Justierung der Körper hat man mehr Vorteile im Kampf. Testen Sie unbedingt neue Chips und Programme aus. Äh, nach Erhalt aus. Okay, was ist diese Körper-Dings da? Körperberatung. Hau mal raus. Aber was wollen Sie sprechen? Über Körper. Als Körper werden die Leibe aller Yorha-Einheiten bezeichnet. Es gibt zwei Wege, um Körper zu verstärken. Plug-in-Chips und Erfahrung. Okay, das war so dann für Tobi. Erfahrung. Das sagt ja schon dein Name. Ich glaube, das brauche ich Ihnen nicht mehr zu erklären, oder? Plug-in-Chips sind Gegenstände, die die Hauptkomponente verstärken. Sie besitzen vielerlei Funktionen. Allerdings ist die Handhabung etwas kompliziert und die manuelle Einstellung nicht so einfach. Hey, was machst du da? Was sollt ihr das denn? Nein, der ist... Wenn es Ihnen recht ist, kann ich Ihnen gerne eine Empfehlung zu Ihren Chips aussprechen. Nö, schon okay. Jaja. Viel entdecken. Okay. Körperberatung. Das ist allgemein einfach nur, ähm... Ich leide ein Motion-Sickness. Okay. Das ist dann einfach nur... Ey, ich erkläre dir Stuff. Was bist du denn für ein Typ? Hallo? Willkommen, willkommen. Ich freue mich über jeden neuen Kunden. Du bist so eine Art Händler... Äh... Du bist so eine Art Händler und versorgst den Widerstand? Korrekt, korrekt. Jeder Artikel hier wurde von Hand hergestellt. Aus rumliegenden Teilen und geplünderten Leichen des Feindes. Also dann, zum Geschäft. Was kann ich... Was kann ich euch zeigen? Alter. Ah, da gibt uns auch sowas hier. Nett, nett, nett. Ich kann meinen Beutel, äh, aufstocken? Achso, nö. Okay. Verkaufst du Plug-in-Chips? Meinst du diese kleinen Dinger, die in dem Körper als Powerab dienen? Nein, nein. Leider nicht. Nein. Würde dir gerne Plug-in-Chips verkaufen, aber dazu fehlen mir die nötigen Rohmaterialien. Also wenn ich diese Rohmaterialien zufällig bekommen sollte, dann könnten wir sicherlich ins Geschäft kommen. Aber bis dahin... Ach, ne. Sagt mal. Ich habe da eine Idee. Wie wäre es, wenn ihr mir diese Materialien besorgt? Ich habe dieses lahme Bein. Seht ihr? Da bekomme ich dich wirklich weit. Kannst du dein Bein nicht einfach reparieren? Immerhin handelst du mit Nachschub und Einsatzteilen. Äh, Ersatzteilen. Wenn das so einfach wäre? Alter, sind alle unsere Teile für den Kriegsbedarf bestimmt. Da bleibt nichts für mich übrig. Ich hoffe, ihr löscht diese Maschinen aus, damit ich wieder auf die Beine komme. Könntet ihr mir bestellen, was ich brauche? Na gut. In Ordnung. Ah, in Ordnung. Ah, tausend Dank. Also dann, ich brauche eine defekte Feder, ein kleines Zahnrad und einen defekten Schaltkreis. Alter, das bekommst du von Feind und deiner großen Dichtung zur Linken, wenn du das Sarge hier verlässt. Okay. Danke. Was ich mich jetzt gerade frage, weil da irgendwie sein Bein reparieren und so. Die sind beide mechanisch und sein Arm ist auch mechanisch. Sind das ja alles Androids? Ich meine, ähm, wir haben ja, wir haben ja Nier gespielt, ne? Wir haben ja Nier gespielt. Und wir wissen eigentlich, es gibt keine Menschen mehr. Die Menschheit ist verdammt. Die, die ist komplett ausgerottet. Die gibt's nicht mehr. Und, äh, was ich halt weiß, ist, dass halt Androids aber noch gebaut wurden. Irgendwie, irgendwann, warum auch immer. Und, sind das hier wirklich dann alles Androids? Ich weiß es nicht. Ah, ich trampe in den Blumen. Okay, lassen wir das. Oh, jetzt kann ich mit dir reden. Ah, gehörst du zur Joraheinleit? Hm? Was ich auf dem Kopf trage? Das ist eine auf meinem Kopf platzierte elektromagnetische Absperrvorrichtung, die alle möglichen Informationen dieser Welt abblockt. Nicht. Ah! Was ist dein Anliegen? Bekommert ich etwas? Wie speichert man? Wow. Was bedeutet es zu sterben? Äh, okay. Das Spiel ist so schwer, alles klar. Wie speichert man? Okay, keine Autospeicherfunktion hat. Dankeschön. Hm. 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 Okay, ich kann Quicksave machen. Okay. Ah, okay. Hm. Okay, alles klar. Dankeschön, ich hab verstanden. Nein, lass mich in Ruhe. Ich hab keine Sorgen. Ja, das war ein lustiger Plausch. Ich dachte, ich könnte jetzt eiskalt abhauen, aber... Nö. Ja, gut, ne? Hier hätten wir unseren Save-Point. Kann ich jetzt hier rein? Nö. Oh, lässt sich nicht öffnen. Ah, leider hab ich nämlich nicht gar... Äh, gar nicht mehr so viel Zeit. Und ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, einfach mal wirklich rauszurennen. Ah, weil ich jetzt die ganze Nacht an meinem eigenen Video für meinen Hauptkanal geschnitten hab, bin ich jetzt wirklich aufgestanden, hab aufgenommen. Und jetzt hab ich noch, äh, andere Dinge leider zu erledigen. Deswegen, ähm, verzeiht mir, wenn das jetzt ein sehr entspannter Part war. Aber ich würd sagen, wir... Wir machen hier einmal Schluss, damit das hier überpünktlich kommt. Dafür mach ich vielleicht den nächsten Part länger. Wenn das okay ist. Ist auf jeden Fall besser, als wenn ich jetzt rausrenne und wir nach fünf Minuten schon abbrechen müssen, oder so. Also dann. Ne? Ausnahmsweise mal früher. Ich hoffe, es hat euch sowas trotzdem noch gefallen. Und, äh, im nächsten Part können wir richtig die Gegend erkunden. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.